Letztes Spiel Ja, ich glaube es ist auch mein letzter Spiel Irgendwie bin ich hot Ja, klingt gut Vor zwölf ins Bett Mensch, Steph hat ja schon ein kleines Nickerchen gemacht heute Mentale Entspannung Ich muss aber aufbleiben eigentlich Warum musst du denn immer aufbleiben? Ich darf noch mal ein Date abholen Heute Ein paar Ahnen Kannst du noch weiterspielen? Ne, ich werde dann nach Overwatch Mal ein bisschen Lootboxen fahren Weil momentan ist Event Kannst du gerne mit spielen, wenn du Lust hast Ich würde mal wieder spielen, oder? Steph, bist du fit? Steph hat fit zu sein Steph hat seit drei Jahren nicht gepatcht In Overwatch wahrscheinlich Nee, es gibt aber gestern gepatcht Wieso wusste ich, was wir da sind? Na? Ah Lass die weg, so spreng ich deine Arschen Ah, ich gehe einfach ganz dreckig Ah, Junge Wollen wir gleich Overwatch spielen? Ich weiß es nicht, so wie es gerade läuft Ja, mit Doppel Soll ich mal die Wand hier verstärken? Ja Haben wir Randoms? Wir haben einen Random, oder? Ja So, ich habe keine Ahnung, wie wir loben Das ist cool Wann lebst das? Biohazard Container Ja, ich stehe hier, aber wir gewinnen keine Runden Ich weiß, irgendwas will mit mir Das ist egal Ich habe noch eine Wand Du willst noch eine? Nein, ich habe noch eine Ich habe auch noch zwei Ich glaube da hinten ging auch was auf Oh Basti, hast du noch einen Impact? Ja Wirf die mal gegen den Schrank Äh, wenn ich dich dabei nicht kill Ne, ne Aufs Fenster Aua Oh Die war so doof Wer ist tot? Was? Helles Fenster Die war so nicht gewollt Naja Jetzt kannst du so raufschießen Jetzt kannst du in beide Richtungen durchschauen Richtig, weil ich vorne Wobei das ist auch keine gute Map zum Roman Die ist so winzig Ja Das ist keine Roman Halb eindeutig Hä? Ich meine es gibt keinen Dromen Das ist alles Nearspot Oh nein, Basti hat mich geküllt Das wieso Ich fand die Warten neben mir mal aufgerissen Hey, du bist mal Deine Idee, wie ich meine Oh, der war Diamant Nice Alter, wie der uns gerade abzieht Der drückt eben, hey Chef Der war Diamant Die Dings Die Sophia Zu viel Ja Zu viel Ja Zu viel Ja Hehehe Ach Gott, ich muss ja auch noch vier Runden gewinnen und nicht mehr spielen Ja 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 Im Ja 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 aber auch das müsste ich. Vorsicht! Wo? Okay, also Challenge ist die von der Lauftaste zu gehen, oder? Ja, einigermaßen, ja. Du hast Hacking Mist. Hä? Dann habe ich mir jetzt 10 Punkte bekommen. Du hast dein Handy zerstört, also das Handy vom Gegner. Ah. Nein, nein, da kann ich nichts für... Das ist great, so die Piste. Au, get interrogated. Peace. Aber ich habe einen gekillt. Ja, ich bin tot. Wahrscheinlich, ja. Hä? 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 Ja, die wissen ja noch, wo du bist. Ja, 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 nein. Hä? Ja, die hat mich... Ähm... Jemand, der schon Hexennamen hat, den muss man schon reporten. Die Kaffee ist eigentlich noch hier oben rum? Ähm, Mitte. Die war im Wohnzimmer. Billard. Die war. Negriesslich auch. So krägst du den Rücken. Eventuell. Nö. eventuell. Yunus. Rein, rein, rein. Ja. Rein, rein, rein. Willst du ihn erpushen? Ja, war richtig. Ja. War nicht so schlau, das geb ich zurück. Und nehmt die scheiß SMG mit und hätt diesen Rotz da. Ich wollte aber nen Kill mit dem Rotz machen. Ja. Das ist wahrscheinlich noch links, dann. Lass noch Zeit, lass dir ruhig Zeit. Macht das denn Löcher jetzt machen oder nicht? Je weniger, desto besser. Ah hey, ich will ja keinen Druck aufbauen, du spielst nur gegen Diamant grad. Keep cool. Ja, sie aber, ich weiß nicht, wo sie ist. Wir müssen auf dieser Wendertrappe sein. Ist das ein Loch irgendwo? Nein, da ist ein Loch. Auf der anderen Seite, also nicht hier direkt. Spring rein, leg dich sofort hin. Sie kommt! Ey, er hat jetzt gehört. Ah, besser dauert hier. Wieso spielen wir das überhaupt noch? Brauchen wir das? Brauchen wir das? Geht weit vorbei. Der ist halt dabei. Wissen wir der das gönnen? Was? Wissen wir dem das gönnen? Der uns jetzt so zerreißen kann? Aber zur Motivation her war immer nur knapp Diamant. Immer um 20 Punkte. Achso. Na dann? Na dann ist es easy. Na dann ist es easy. Na dann ist es easy. Der hat sich wahrscheinlich mal hochgekämpft und dann hat er aufgehört Ranked zu spielen. Da gibt es die erste Grundpunkte. Schau, mit 11 zu 0 Siegen im Ranked bist du schon Platin 2. Das will ich nicht mit diesen Aufsehen. Das will ich nicht mit diesen Aufsehen da. Start of the while going on. Grundpunkte! Das wird dann aber teuer, Steph. Hackerboot. Ach, Revolver-only scheiß drauf. Da haben wir jetzt den Turm dahin. Revolver-only scheiß drauf. Ich bin die Mitte übereinstellung. Wie tief hineingeschossen. Was? Achtladen hab ich auch. Ich hätte das Glas noch kaputt machen sollen. Wie sagt mir das keiner? Hallo. Mahlzeit. Hi. Da kommen da rein und nach dem Spiel gehen alle raus. Da sind wir auch für dich. Oh, da hält er noch an der Runde. Einer wird kommen. Overwatch spielen. Hört ihr denn nachher auf, ja? Ja, die wollen Overwatch spielen. Okay. Ich hab heute genug Rainbow gespielt. Rainbow verloren hab ich. Ja. Ich glaub Baustelle ist was. Da ist was. Ich glaub hier ist auch was drin. Ich hab mich nicht getraut mit dem Revolver zu schießen. Hier ist eine Drohne reingekommen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut mit dem Revolver zu schießen. Ich habe mich nicht getraut mit dem Revolver zu schießen. Ich habe mich nicht getraut mit dem Revolver zu schießen. Du bist beantwärter, wenn du in den Bereich gerätst. Ich hab ihn! Wo ist denn besser geworden? Aua Ist das das doch ein Ace? Eieieiei, doch nicht Zu vorne kam irgendwas Nur ich hab im Handy fallen lassen Aua Sorry Jan, ich wollte die Runde nicht mit Und ich wollte ihm dir keine 8KW gönnen Oder mehr Aber er ist einmal gestorben Ok nochmal Nehmen wir mal die Stärke der Wumme Spiele ich so selten So, ich hoffe jetzt auf Bullshit One-Shots Jan, ich hab den getötet Ja eben Ach scheißegal Wegen Olli haben wir gewonnen Alter, was hast du für eine KD und alles Krass Ja, sie geht aber langsam Und schließlich nach unten Ein Team, ja Heute war es noch bei 2-3 Gut Wohnzimmer Ich spüre ich, du wolltest wir auch noch gewinnen Ich hab mal ein Bündchen Äh, ich glaub nicht, dass wir Wir Wohnzimmer schon mal gewonnen haben Im Angriff schon Echt? Kann mich nicht daran erinnern Wir spielen die Mapper aber ehrlich gesagt auch nicht so häufig auf Secure Area 5 Sekunden Easy, jetzt spiele ich hier Rushing im Badezimmer 5 Sekunden Ich glaub ich gar nicht Die Map gibt's gar nicht im Rank Kann das eigentlich Nein, die gibt's gar nicht Ja Proceed to Biohazard Container Location Sag alle ESL-Spieler, die so Mi, 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 nein auch nicht Ja, du kannst nicht roben Du kannst dich raschen Aber, aber wir spielen ja eine Bombe und dann passt die Map uns nicht Wir sind so high-skilled Pro-Gamer Steff, wo bist du rein? Aber ich will das vorn haben. Ich bin nirgendwo da nicht verbeinahmt. Ich bin nirgendwo da nicht verbeinahmt. Peeler bei mir. Da ist der normale Anruf. Der Tier ist bei mir. Ja, mach mal. Noch im Wartezimmer. Ich hab ihn wieder. Oh, ein Stunt. Ich hab die Tür, falls was durchkommt. Ja, ist der Mann so. Das ist scheiße. Der Kinderzimmer ist einfach. Nein, jetzt nicht mehr. Wieso ist die Waffe bei mir nie in One-Shot? Ja, wer sonst assist. Ja, ich hab ihn gedauert. Gummiband, du hast noch. Wo deckt ihr mich? Wir decken gar nirgendwo. Oh, jetzt haben wir ja schon wieder gewonnen. Ich weiß nicht, ich hab gerade zwei Schüsse gebraucht, um Vigil zu downen und das war in meiner Meinung nach Body Shots. Ich verstehe Pumpe nicht. Sie ist gegen mich OP und für mich scheiße. Ach komm, nochmal. Eigentlich hatte ich dir drunter ja schon abgeschrieben. Ja. Nein, ich schreib's nicht. Ich wollte schreiben 8-2, nachdem er 8-0 war. Was für'n Kacknap. Aber ich kann jetzt für Toxic Behavior reportet werden. Find the Biohazard Container Location. Ja. Oh Gott, Jan. Jetzt hast du's heraufbeschworen. Wobei, das waren die lustigsten Runden im CS-GO, wenn dann einfach... Ja. Sind wieder Kinderzimmer. Ja. Olli, deine Drohne hat sich geopfert. Die Drohne hat sich geopfert, damit deine es nicht muss. In Ahnung, ich fahr raus, er fahrt rein, weg ist er. Alter Steff, 7-1-3, geht richtig ab gerade. Mhm. 10 seconds to go. Obens ist aufgegangen. Fenster. Macht nix, ich hab die One-Shot-Prompt. Aber ich hab heut schon den ganzen Tag mit von unten, aber ich fällt dir nur. Gibt's Bullet Drop in dem Spiel? Nee, oder? Das heißt, ich kann mit dein Schrotzer einfach draufhalten. Noch mal so blödsinn. Wir hatten noch keinen Spawn-Killer, ne? Doch, die KBR ist im Ausgriff. Ich wurde gespottet. Wie greife ich das jetzt an? Ich möchte das eigentlich gewinnen. Haben die ne Wahl... Ja, scheiße, die haben ne Wahl. Ich hab die KM. Hab sie. Eine. Ich hab die KM. 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 Bei mir ist wieder einer. Schlafzimmer. So schön. Ich hab die KM. Ich hab auch die KM. Ich hab die KM. Ich hab die KM. Sicher, dass die da hinten drin ist, Stef? Nee. Wtf? Fuck, ich war sorry, Steff. Der ist on spot, ganz hinten im Eck, rechts bei der Bombe. Alter, wir haben das jetzt echt gewonnen. Aber du hast die gleiche KT wie der Diamant. Steff ist Diamant. Ha! Gott, ich bin der Psychologe. Du bist dran. Das muss derzeit sein. Ich hab jetzt drei Runden mit den komischen Japanern gewonnen. Äh, nicht Japaner. Was sind die Koreaner? Ich bin sogar besser als der. Ich hab 8-1-3. Schön.